KICKBOX TERMINATOR Kann er sich auf die Unterstützung durch die Polizei verlassen? Ich verliere nur ungern zweimal. Zeig es ihm. Kann er die Verbreitung der tödlichen Droge KICK verhindern? Arbeitet er wirklich für die Drogenfander? Ist er selbst ein Opfer der Droge? Inwieweit ist seine Frau in die Sache verwickelt? Wirklich, musst du alles so dramatisieren. Die Antworten auf diese Fragen findet Feyer nur in einem tödlichen Kampf. Bastard. Ich werde dich erledigen. Gegen seinen Lehrmeister Nakata. Kickbox Terminator. Knallharte Action. Kickboxing in Perfektion.